moin moin leute schön dass heute reingeschaltet habt hier bei mir auf dem kanal und schön dass ihr bock habt weiter auf dieses projekt euro truck euro truck simulator 2 2023 haben wir es mittlerweile und dieses spiel will und will nicht altern ganz im gegenteil es gibt mittlerweile so eine riesen community um dieses game und multiplayer wisst ihr selber mit bis zu 4000 leuten auf dem server durch die gegend eiern das schon ganz geil ja aber ich feier promos und das im single weil ich so ein bisschen bock drauf habe dass du eben pkws auf der straße und so weiter könnt ihr im übrigen auch haben wenn ihr multiplayer zusammenspielt bis zu acht leute dann kann eine hausten die anderen schließen sich an ihr müsst die gleichen mods drauf haben denkt dran was weiß ich das und könnt ihr zusammenfahren habt ihr auch kein verkehr obwohl ihr multiplayer seid ihr habt sogar funk an bord ja also wenn ihr da über team speak oder discord also so quatsch könnt ihr aber auch funk reinhauen und dann funktioniert die ganze chose auch so ich habe den lkw angekoppelt wir sind hier auf so einem gutshof ganz nett wir haben hier kühe schweine schafe ziehen alles drum und dran und wir fahren jetzt ziehen käse und zwar ich verrat es noch nicht aber wir sind nicht mehr in bulgarien sondern mich hat es über nacht nach rumänien verschlagen die folge habe ich euch erspart uralter abgewagter auflieger den ich fahren musste 20 mal reifen wechseln nach hört bloß auf also jetzt es ist früh am morgen die sonne geht auf oder ist aufgegangen herrlich guckt euch das an wir fahren jetzt hier durch kleines tor ja frühmorgens ist hier noch nicht so viel los so gut so so demnächst muss ich mal gucken ich will unbedingt ja noch mal so ein eitriggingsystem gönnen aber die sind so furchtbar teuer also da muss man mal ein bisschen gucken ja schauen wir mal so ist aber schlecht einzusehen hier aber ich habe jetzt auch schon gesehen es gibt ein mod der nennt sich smooth kamera dann habt ihr diese abgehackten kameraszenen nicht ja ich kann das auch mit der maus machen dann ist das weiter aber ich muss ja irgendwie fahren die ständig mit einer hand woanders sein ha 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 ei 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 böse falle so mal gucken dass wir jetzt ohne probleme ans ziel kommen ziegenkäse ist geladen wie fast sechs oder acht tonnen also viel ist nicht wir werden auch nicht super reich durch den auftrag aber ich brauche keine lehrfahrt machen und das ist wichtig ich wollte eigentlich den auftrag über nacht fahren das problem ist nur die kilometer ziehen sich ohne ende hin hier über land und ich hätte den früher oh junge ja da hat jetzt meine notbremsung reingehauen schön ne ich wollte überholen war aber wohl noch zu dicht dran und schmeißt das automatische bremssystem anker man hat mich tatsächlich ausgebremst da das müsste da müsste man noch so ein hotkey für legen können dass man den diesen bremsassistenten ausschalten kann und muss ich mal gucken ob es da eine tastenbelegung für gibt falls ihr das wisst schreibt das mal in die kommentare würde mich würde mich freuen dann brauche ich das nicht lange suchen so was hat ein hacker gesagt wo müssen wir denn jetzt raus ok hier sind sie doch am bauen groß ne so hier ist tankstelle dann muss man nicht wo hier muss raus gut was ist das denn gewesen unfall verursacht da ist mir der bus in die karre gefahren das ist ein schlechter scherz oder jetzt bin ich sauer moment ja leute also ganz ehrlich diese keine dass das ist zum kotzen das ist so zum kotzen also sieben prozent schaden am lkw und ich hatte die jetzt erst repariert gehabt und vier prozent am auflieger also wenn ich dem die vorfahrt genommen hätte ja dann hätte ich das ja alles akzeptiert aber so eine scheiße er kommt raus ja und erkennt nicht also die karten hier erkennt die kollision nicht und klein mehr in die karre dankeschön liegt es am bot ich weiß es nicht ich weiß es nicht dass sie die straßen nicht richtig erkennen und die kollision dazu nicht oder sowas ist es sind zwei tasten die ich drücken muss ja dann habe ich ein paar millionen auf dem konto und cheate mir die scheiße rein aber da habe ich da habe ich ja null bock drauf auf sowas ein toller kreisverkehr dann guckt euch das man hier das sieht ja das ist der crazy aus ich ziehe mal hier rüber bevor es wieder in hose geht ja macht man nicht ne man fährt hier schön akkurat sein 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 seine tour man zeigt euch ja da draußen auch dass es eben auch ohne schienen geht dauert halt alles man muss eben geduld haben deswegen ja das projekt neue firma lkw fahren selbstständig werden von anfang an und das sieht sich eben ja das sind eben keine zwei oder fünf minuten und dann habt ihr 20 lkws in der garage oder habt überhaupt eine garage sondern wir gehen jetzt hier auf folge 30 hin und wenn wir jetzt mal davon ausgehen im schnitt hat jede folge zwischen 15 und 20 minuten könnt ihr euch ja selbst ausrechnen wie viel spielstunden man investiert und das mache ich ja ist ja nicht nur so dass ich einfach hier auf aufnahme drücke sondern ich starte das spiel ich bereit das vor ich gucke läuft alles ist mikrofon alles in ordnung ist dies in ordnung ist das der richtige spielstand muss ich irgendwelche bots aktualisieren oder 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 ein bisschen vorbereitung gehört auch mit dazu ja und dann ist das eben zeit die man halt investiert war ich gerne super gerne ja also ich will mich hier nicht beschweren aber dann ärgert man sich über solche kleinen dinge die da ja man ich habe mich da jetzt eben echt drüber mega geärgert so und jetzt auch gut warum blicke ich hier eigentlich eine kurve kann nichts zum abbiegen 50 ist erlaubt ne tja schön hier ich trinke mal einen auf euch hier prust ne was willst du auch mein schäger wollte mir rein schön einen rein helfen wiege nach links ab oh genau der nächste den ich sag schon nichts mehr hältst du an gut du auch der feine herr im schönen schicken cabrioli lässt den lässt den alten lkw fahrer hier durch hey der witzger und wir hätten auch rechts abbiegen können wir hätten uns das gar nicht so kompliziert machen müssen rechts abbiegen und links abbiegen easy kommt irgendwas von links angeknallt brach weg nächste auflieger schaden man gut dass ich das tor eben gerade zugegangen hier man gut dass ich versichert bin ne leute leute das kannst du keinem erzählen schön ich muss mal ganz kurz anhalten muss mal ganz kurz anhalten leute es tut mir leid aber ich muss ganz kurz so waren blicken anlagen rein ganz kurz ruhe dahinten oh guckt euch die schienensystem an oh wenn jetzt noch ein zug oh herrlich reisebahn gucken oh ich liebe das ne aber es kommt jetzt gerade kein zug ja hohen kann ich auch so wir fahren weiter über funk müsste man jetzt eigentlich sagen ich bin mir leid ich bin gerade stehen geblieben mir ist die kippe runtergefallen bis zum nächsten mal tschau und schon hast du bei den kollegen steinen im brett ne oh wir sind falsch gefahren neue route finden ja genau ich hätte da hinten hinten ran gemusst welche machen sie eine kehrtwende eine kehrtwende ist ja wieder eine fahrschule bei der nächsten gelegenheit herr xy drehen sie mal bitte ja auch kein problem ist hier platz genug ja dann fangen wir jetzt auf auf den hof drauf total als die schranke vor uns hier nicht aufgehen würde so schön auf dem feldweg lang knistern so wir drehen hier einfach schnell eben auf dem hof da haben die nichts dagegen so guck locken stick so heißt die firma hier schönen dank übrigens die damen und herren hier die eben das tor aufgemacht haben man kann sich ja mal verfahren ne also das ist ja das ist ja nun kein kein drama hier ne wir brauchen gar nicht so groß auf der straße ne wir können hier auf dem feldweg auf dem stück fahren oh guckt leute und dann sind wir auch schon da Tastatur hier zack oh da krieg ich hin da bin ich prädestiniert für geradeaus einparken da bin ich absolut mega da das kann er das kann er so wenn ich da irre kommt und äh ich würde fast sagen stück noch ganz klein stück noch so so und ob ihr wirklich richtig steht sagt euch das ding wenn das licht angeht ha ha euch nur hammer haben wir schön geschafft schön hingestellt und jetzt äh ähm abkoppeln ein trotz unfall haben wir einen ausgezeichnet bekommen das ist auch immer ganz wichtig ja das sind ja bewertungen von den kunden die wir bekommen und das ist ganz ganz wichtig dass wir immer gute bewertungen bekommen wir sind ja unternehmer und wir müssen dafür sorgen dass unser unternehmen läuft das geht immer am besten mit guten bewertungen ja so lkw ich habe aus genau und ich komme mal den nächsten auftrag und nach dem auftrag oder während des auftrags in der nächsten folge ihr müsst da einschalten kaufen wir wolle was kommt unsere garage ich habe es euch versprochen und so machen wir das auch also ich sag vielen dank fürs zusehen denkt dann an support daumen hoch und so weiter und so wort freut mich wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid geht ja auch um was bis dahin alles gute bleibt gesund ich bin vor der raus hasta la vista euer don ciao ciao